So Leute, ich bin wieder Tauberpair und willkommen zu einer neuen Episode von Outlast. Letztes Mal sind wir an einer spannenden Stelle stehen geblieben. Und jetzt wollen wir sehen, was jetzt passiert. Kamera aufhalten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie schnell handeln sollen oder so. Ich könnte das überhaupt nicht geben. Ja, das Blöde ist nur hier, leider. Ah, fuck. Das war ein Trick. Ich habe einen Trick. Komm, hoch. Verziehe. Verdachte bitte. War gefährlich. Die Tür war einfach zu. Was soll ich da machen? Das kann ich gar nichts machen. Ich bin interessiert, was wir da jetzt machen. Ja, fuck. Was soll ich denn? Was soll ich hier? Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt überleufe. Ich habe ein bisschen berät. Ich habe mich ja auch wieder verpflichtet. Die haben sonst Leid dabei, da geht es doch. Vielleicht komme ich jetzt hier weiter. Da gibt's... Alle Ahnung... Ich hab zu wenig Zeit, mich da umzugucken. Alles zu. Warten die da jetzt auf mich? Genau! Ihr wartet da einfach, ne? Dass ich da überhaupt keine Schocks hab, mehr durchzurennen? Was soll ich machen? Soll ich die grüßlichen Leute? Ich glaube, ich könnte das ja... Kann da ja auch nicht durchsprinten, oder? Kommt da gar nicht durch. Ja. Keine Schocks. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Wahrscheinlich fängt er jetzt wieder an bei dem... Wo das Ding... Ja. Aber jetzt gucken wir uns hier erst ums Schweiz. Das war dachte ich. Also wir können das Ding schieben. So weit irgendwo. Hä? Das Ding ist komplett verarscht. Das ist das Experiment! Das ist das Experiment! Das ist das Experiment! Das ist das Experiment! Oh mein Gott! Das ist das Experiment! Komm, schnell nach vorne. Åh. Das ist das... Guck, die wollen mich wirklich, also... Sie wollen mich. Aber als Schalter habe ich das nicht weit genug aufgemacht. Nein, ich will da rein! Nein, ich will da rein! Höch! 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 Jawohl! Höch! 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 Nein! Nein! Lauf, lauf, lauf Scheiße, geht's zu Weiter, weiter, weiter Geht's auch zu Oh Gott, so viele Lass mich in Ruhe Weiter Da muss es aber ein Weg gehen Wie geht's? Ich will meine money, ich will meine money No evangelize So PS wird ich auf die Tür durch Ihrer weiß, nein Ich redete doch Du kannst nicht mehr aufwachen, wenn du willst. Du bist hier eine gute Wahl, Freund. Was? Hey, du bist der verdammt Priester, nicht wahr? Als Begegnung oder was auch. Du musst dich enthäunig sein. Ja, wir gehen. Hey. Du bist der verdammt Priester, nicht wahr? Wie ist das denn? Der Tennisball? Oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Und ich hab mich schon gefreut. Wofür? Wofür? Lass dich aus. Nein, ich will. 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 Schön aus. Hast du da? War ein bisschen falsig, was? Komisch leuchtet es in deinen Armen. Lass mich doch einfach. Lass mich einfach gehen. Lass mich doch einfach gehen. Lass mich doch mal ab' und schau' einfach mal ab' und schau' mich doch mal ab' und schau' mich doch mal ab' und schau' mich doch mal ab' zu können. Ich beginne deine Konzertation in einem Moment, in einem Moment nur eine Sekunde zu wachsend. Ja, okay. No movies. Und es wird uns eine Chance zu sprechen. Hallo. Ich bin hier verletzt. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viel Zeit du hast mit Vater und Martin. Ich hoffe, dass du ihn nicht verletzt hast. Was machst du da? Was ist das? Nein, 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 nein. Nimm das mal lieber weg. Ich bin hier an der Stelle. Was machst du da mit dir? 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 Stopp! Ah, stopp! Nein, nein! Du hast keine Bewertung? Ich habe mich nicht mehr verraten. Wir sind so sehr stolz, dass ich dich in der Zeit entspricht. Ich bin so stolz, dass ich dich in der Zeit nicht verraten kann. Ich bin so stolz, dass ich dich nicht verraten kann. Das ist besser, oder? Ich glaube, dass wir hierher leben. Wir haben den Konsumenten in den Produktionen gegeben. Diese Sache wird es nicht verraten. Das ist ein Schuss. Ah, wir haben uns gefreit. Oh Gott. Ja, das würde ich glaube ich auch machen. Das hat er mit uns gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin kein Patient. Ich bin ein Executive, wie ihn. Wie Jäger. Und als er das ist, ist noch nicht so, dass er noch nicht so ist. Ich bin noch nicht so, dass er noch nicht so ist. Oh Gott. 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 Fuck, fuck, really? You aren't gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's the quitter. Come on! All right. All right, you can figure this out. Let's... Let's solve some problems. Hold up there, buddy. I'll be right away. Get over there! Get over there! Hey, fast. Schleswig! Dat klar! Da gehen wir eben hier auf. Scheiße. Arschloch. Hierzu wird es weit die Richtung weit, da gibt es noch mehrere Wege wieder. Alter, was machen die hier eigentlich, das ist so krank. Okay Leute, aber ich denke hier ist gut an dieser Stelle zu enden, ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über eine positive Bewertung sehr freuen, wir sehen uns bei der nächsten Auslaufs-Folge wieder, bis dahin, tschüss.